Servus und was machen wir heute? Ja wir hoffen da runter hopfen. Vom Dach? Ja gut, da müssen wir noch einen Schläger setzen. Oh mein Gott! Was zum Schluss? Viel Spaß! Ja also geht doch! Gehen wir oder? Gehen wir ja. Dann darfst du mal weglaufen. Ich lauf doch. Einfach laufen. Aber laufen ist so schwul. Ich lauf. 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 Jawoll. Und die Erde hat uns wieder. Ja, Schreck. Juhu. So. Wie war's? Sehr schön. Machen wir nochmal, oder? Gehen wir gleich. Gut.